So wie Trends sich ändern, ändern sich in der Vermögensverwaltung auch Anlagestrategien. Wie das eine mit dem anderen zusammenhängen kann, das kläre ich jetzt auf der 33. Haug-und-Aufhäuser-Vermögensverwalterveranstaltung mit Michael Kopf von der Patriarch Multimanager GmbH. Schönen guten Tag, Herr Kopf. Wir haben um die Jahrtausendwende erst Hype, dann Crash der New Economy gesehen, 2008 die Prick-Krise. Wie muss man sich das vorstellen? Können solche Ereignisse eigentlich auch die Strategien einer Vermögensverwaltung bestimmen? Ja und Nein. Also die Frage kann man nicht hundertprozentig mit Ja oder Nein beantworten. Natürlich sind gute Vermögensverwaltungen immer auch an solchen Trends interessiert, werden sie aber wie manche andere Fonds nicht hauptsächlich in den Fokus stellen, sondern diese Trends gerne als Beimischung nehmen, aber die Gesamtausrichtung dann durchaus noch in breitere Streuung ansetzen. Wie sieht denn bei der Patriarch Ihre Anlagestrategie bzw. die Kerninvestments aus? Also wir sind ein Haus, das bei unseren vier Dachfonds immer auch auf Vermögensverwalterfonds setzt in dem Bereich. Wir haben vier Strategien, die sich unterscheiden, je nach Gusto des Kunden, je nach Risikoneigung des Kunden, verstärkt in Renten zu gehen, ausgewogenes Verhältnis oder stark in Aktien zu gehen. Wir haben auch ergänzend dazu ein System mit Trendfolge dazu, was basiert auf entsprechenden Vermögensverwaltenden Konzepten. Unsere Kerninvestments sind immer verwaltete Fonds, gemanagte Fonds. Wir sind keine Freunde der ETFs. Das ist sicherlich ein Punkt, wo man darüber diskutieren kann, ob es auf der Kostenseite bringt. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Auswahl von guten Managern in guten Märkten besser funktioniert, als sich einfach nur die kostengünstigen ETFs zu nehmen. Also Sie sind keine Freunde von ETFs. Was trifft denn Ihre Vorlieben? Wir gehen hauptsächlich, wie gesagt, in die breite Masse hinein, in die Vermögensverwaltenden Konzepte hinein, die wirklich verwaltet sind. Wir wollen einfach einen Manager in den Vordergrund stellen oder den Manager-Mix in den Vordergrund stellen. Deswegen auch Patriarch Multimanager GmbH und nicht einfach nur die Märkte billig abbilden, weil wir, wie gesagt, schon die Erfahrung gemacht haben, dass einfach der Manager meistens über längerfristigen Zeitpunkt besser abschneidet als der Markt selber, weil er einfach Trends besser erkennt und nicht einfach nur abbildet, wie ja ETFs sind im Bereich. Ich kann Sie natürlich nicht aus dem Gespräch entlassen, ohne zu fragen, wie die aktuelle Marktsituation von Ihnen einzuschätzen ist. Also wir sind momentan bei unseren Strategien, wenn man mal die Aktienseite betrachtet, in drei Kernmärkten stark investiert. Das ist auf der einen Seite Europa natürlich. Hier sind wir in den Größenmärkten wie zum Beispiel Deutschland investiert. Wir sind aber auch mittlerweile eher darauf, diese Positionen zu überdenken. In der letzten Allokation sind wir Richtung USA und Fernost weiter ausgewandert, wo wir die beiden anderen Schwerpunkte haben. Dabei setzen wir im Aktienbereich sehr, sehr stark auf Dividendentitel. Das heißt, wir wollen hier auch neben den Kursgewinnen Dividendenrenditen mit einnehmen international, die sich sehr interessant darstellen. Auf der anderen Seite, auf der Rentenseite, die auch unsere Fonds mit abbilden, sind wir stark international ausgerichtet. Hier sind wir stark im High-Yield-Bereich mit drin, also im Hochzinsbereich mit drin. Hier sind wir auch durchaus spürbar im fernöstlichen Markt mit dabei, weil hier einfach die Bewertungen zwischen den Ratings und aber auch von der Zinsseite sehr, sehr gut sind. Und haben in Deutschland den Kernmarkt gefunden, wo wir sagen, wir wollen hier einfach einen Safe Haven haben, da aber eher im kurzfristigen Bereich. Michael Kopp von der Patriarch Multimanager GmbH sagt an dieser Stelle, Dividendentitel bevorzugt.